Dieser Podcast wird präsentiert von niemandem, weil hier gibt es keine scheiß Werbung, also für mich selbst so ein bisschen. Alles klar soweit? Okay, billiges Intro, ab! Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trashtaucher. Der Podcast für alle Trashfans. Und die, die es noch werden wollen. Hallöchen Popöchen, willkommen zurück beim Trashtaucher, eurem Lieblings-Podcast zum Thema Trash, B-Movies und Konsorten. Und das schönste, da werbefrei, außer wenn ich mal wieder für mich ganz dreist selbst Werbung mache, aber das ist ja nicht verboten, ne? Nee, nee, nee. Hier gibt es 100% Trashtaucher, Freilandhaltung, Bio-Stempel drauf, ab auf den Kompost und kannst du danach deinen Garten mitdüngen. Genau so gehen wir das hier an. Und wir sind im Grand Final der Alien-Wochen angekommen. Die letzten vier Wochen haben wir uns durch vier, ja bisher durch drei, wunderbar schaurig schöne Alien-Filmchen oder Science-Fiction-Filmchen gewuselt und geschleimt und gewurmt. Und zum Abschluss habe ich euch etwas ganz Besonderes aufgehoben, denn dank Unterstützung von Kochfilms durfte ich Invasion vom Mars erstens zugeschickt bekommen und hier besprechen und euch auch noch erzählen, was der Film so kann. Weil den habe ich echt lange schon auf der Liste und da er jetzt gerade frisch aufgelegt wurde, habe ich mir gedacht, ja geil, schnappen dir. Und das habe ich gemacht, schnapps rap, ist er hier bei mir im Player gelandet und deswegen reden wir heute über Invasion vom Mars. Die Handlung. Keiner will dem jungen David glauben, als er von der nächtlichen Landung eines UFOs berichtet. Doch kurz darauf ist es bereits zu spät. Außerirdische Invasoren haben der Menschheit ihren Stachel injiziert und sie, äußerlich unverändert, zu willenlosen Marionetten werden lassen. Mit Hilfe von Schulpsychologin Linda Magnussen und dem Militär dringt David bis zur unterirdischen Basis der Aliens vor. Ein aufopferungsvoller Kampf um die Zukunft der Erde beginnt. Die Entstehung. Bei Invasion vom Mars haben wir es eigentlich mit einem klassischen Aliens kommen auf die Erde und wollen die Menschheit austauschen, Schrägstrich zerstören, Schrägstrich unterwerfen oder was anderes mit den Anstellen, was auch immer, den in den Nacken, in den Po oder wo auch immer schieben. Ja, die Marsianer halt, die crazy people. Ja, das haben sie 1986 auch schon mal wieder versucht. Im Original Invaders from Mars. Und Original ist hier tatsächlich ein Stichwort, denn wir haben es hier mit einem Remake zu tun. Böse, böse. Nein, Michael Bay ist nicht daran beteiligt gewesen. Nee, 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 der hatte 1986 noch ganz andere Dinge zu tun, sondern wir haben es hier mit einem Remake von dem gleichnamigen Film Invasion vom Mars von 1953 zu tun, der auch in deutscher Sprache erschienen ist, by the way. Hier neu aufgelegt von Canon Pictures. Golan und Globus lassen grüßen und Kenner dieser wunderbaren Schmiede wissen schon, was sie dort erwartet. Wir haben hier ein Budget von 7 Millionen US-Dollar. Ja, kann man mitarbeiten. Ist jetzt nicht die Welt für ein Science-Fiction-Spektakel, aber kann man mitarbeiten. Und wer da mitarbeiten musste, war Toby Mep Mep Hooper, der nämlich gerade in seiner Canon-Phase gesteckt hat, in den 80er Jahren. Zuvor hat er ja Life Force gemacht, dann hat er Invasion vom Mars und danach noch Texas Chainsaw Massacre 2. Das waren alles Canon-Produktionen, bei denen er sich eingeklinkt hatte, wo er einen Vertrag hatte. Und ihr kennt natürlich Toby Hooper, natürlich bekannt für Texas Chainsaw Massacre, beziehungsweise Blutgericht in Texas von 1974, einem der Horror-Wegbereiter bis heute. Er hat aber auch in der Zwischenzeit Filme gemacht, wie zum Beispiel Kabinett des Schreckens, ein bisschen Jahrmarkthorror. Oder sein wahrscheinlich populärstes Werk, aber nicht mein Lieblingswerk von ihm, Poltergeist. Schrägstrich. Ja, eigentlich ist es ein Steven Spielberg-Film, aber Hooper saß halt auf dem Regiestuhl, aber wie viel er zu sagen hatte, weiß man nicht genau. Film. Natürlich braucht ein Remake auch ein Drehbuch und dabei wurde sich an der Originalvorlage von Richard Blake von 1953 orientiert. Daran haben sich vergangen Dan O'Bannon, den Namen dürftet ihr kennen, definitiv Science-Fiction-Fans aufgehorcht. Denn Darkstar, Alien, Das fliegende Auge, Total Recall, Screamers, Dan O'Bannon war in den 80er und 90er Jahren in aller Munde und ist vor allem wahrscheinlich für sein Mitwirken an Alien immer noch sehr populär. Ich habe gerade letztens einen Comic, den Origin-Alien-Comic in die Finger bekommen, wo Dan O'Bannons Originalskript als Comic umgesetzt wurde. Ich habe bisher nur so die Hälfte, glaube ich, reingelesen, aber ist schon ein bisschen anders als der Film. Also da merkt man schon, es macht nochmal einen Unterschied, was der Drehbuchautor für eine Vision hat und was am Ende das Studio draus macht. Oder wer auch immer da noch reingepfuscht hat. Bei Invasion von Mars hat noch mit reingepfuscht auf jeden Fall Don Jacoby, der auch schon bei Das fliegende Auge mitgewirkt hat. Aber auch bei Death Wish 3 mit Charles Bronson oder Arachnophobia mit Jeff Daniels oder John Carpenter's Vampire oder auch Head & Shoulders Werbung auf 90 Minuten gestreckt. Evolution, ich liebe diesen Streifen, den will ich irgendwann auch nochmal besprechen. Also man merkt, Alien-Kenner waren hier am Werke. Das hat allerdings den Produzenten nicht ganz ausgereicht von Canon und deswegen haben sie nochmal zwei zusätzliche Drehbuchautoren drangesetzt, die noch ein bisschen gefeilt haben, könnte man sagen. Und so sind nämlich die Namen David Humark und David Lipman in den Credits gelandet. Drew Mark war Producer bei Canon und Lipman auch Producer, zwar nicht direkt bei Canon, der hat erst später dann zum Beispiel mit Shrek ein bisschen Karriere gemacht, aber die waren definitiv nicht vom Fach, nennen wir es mal so. Das war so dieser typische, okay, irgendwas passt noch nicht, irgendwas ist noch irgendwie unstimmig. Wir setzen nochmal jemanden dran, der nochmal drüber liest und nochmal ein paar Sachen irgendwie ein bisschen tauglicher macht oder so ein Kram. Ja, merkt man auch, aber ist nicht so wild. Dafür kriegen wir wild was auf die Ohren und zwar haben wir hier zwei Komponisten mit an Bord, Dave Storrs und Christopher Young. Und Christopher Young ist wohl einer der, ja wie soll ich sagen, viele kennen seine Musik, die er in Filmen beigesteuert hat, aber ich glaube viele verbinden ihn nicht immer mit dem Horrorgenre. Und ich finde Christopher Young ist einer der Namen, wenn es um Horrormusik geht, der Mann hat immerhin Hellraiser beigesteuert, hat Species beigesteuert, düstere Legenden, The Grudge, Drag Me to Hell, Sinister und 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 und. Der ist bis heute noch tätig und wie ich finde hat er sehr sehr eingehende Klänge auf jeden Fall erfunden, zusammengeschustert mit seinem Orchester und hier hat er sich entsprechend mit einem Kollegen zusammengetan. Hinter der Kamera finden wir einen alten Bekannten von Tobey Hooper, nämlich Daniel Pearl. Der hat schon bei Texas Chainsaw Massacre 1974 durch die Linse geschaut und ist bis heute ein sehr sehr gefragter Musikvideomacher. Da hat er wirklich mit allen möglichen Größen, Brian Adams, Rolling Stones, Kylie Minogue, Mariah Carey und 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 zusammengearbeitet und ist bis heute immer noch sehr sehr gefragt in der Szene. Da mir Invasion von Mars Spoiler vor allem visuell sehr sehr zusagt, habe ich hier auch ein bisschen größeres Augenmerk bei Cast & Crew drauf geworfen und bin so auf den Art Director Leslie Dilley gestoßen. Der hat nämlich zum Beispiel schon seine künstlerischen Finger mit im Spiel gehabt bei Die Drei Musketiere aus den 70er Jahren, Krieg der Sterne und das Imperium schlägt zurück. An der Seite von George Lucas hat er hier mit die Designs entworfen, bei Superman von Richard Donner ist er mit dabei gewesen, Alien, Jäger des verlorenen Schatzes, wo er sogar einen Oscar bekommen hat, beziehungsweise eine Oscar Nominierung, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wurde da die Art Direction ausgezeichnet oder auch zum Beispiel bei American Werewolf konntet ihr schon sein Gespür für die Kunst bewundern. Ach, schön. Natürlich hast du nicht nur einen Art Director, sondern auch einen Production Designer und der sorgt ja dafür, dass alles auch irgendwie schick umgesetzt wird. Und hier haben wir Craig Stearns mit an Bord. Der hat zum Beispiel auch als Art Director vorgearbeitet bei zum Beispiel The Thog, hat aber im Production Design mitgewirkt bei Kinder des Zorns. Der Blob, also dem Remake, nicht dem Original, was wir schon mal besprochen haben. Power Rangers, der Film, den wir auch schon mal besprochen haben in meinem Kindheitshelden-Motto-Monat. Empfehlung an der Stelle, hört euch die Folge nochmal an, sie ist furchtbar geil. Und die Maske mit Jim Carrey. Bei einem ordentlichen Science-Fiction-Knaller dürfen natürlich die Effekte nicht zu kurz kommen, deswegen Special Effects von Stan Winston. Und dieser Name ist wirklich eine Legende. Wir haben hier den Mitschöpfer zum Beispiel von Special Effects bei Terminator, Aliens, Predator, Jurassic Park, Leviathan, Lake Placid, Constantine, Iron Man und, und, und. Und Stan Winston und seine Special Effects-Firma sind wohl aus den 80er, 90er Jahren nicht wegzudenken, wirklich. Ohne die wäre da ganz viel wahrscheinlich gar nicht gegangen. Deswegen ist es besonders schön, dass er hier auch mit an Bord ist. Und das merkt man auch, finde ich. Komme ich später drauf zurück. Zuerst will ich noch die Visual Effects ansprechen. Hier haben wir nämlich einen Mann, der für etwas bekannt ist, was er eigentlich nicht erfunden hat. Und zwar John Dickstra, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Und zwar hat der gute Herr die Visual Effects zum Beispiel bei Krieg der Sterne mit beigesteuert. Star Trek, der Film, The Unholy, den habe ich letztens in der New Trash Collection von CMV gesehen. Batman Forever, Batman und Robin, oh Gott, habe ich auch besprochen im Podcast, hört sich an, ist auch furchtbar schlecht geworden, aber geil. Spider-Man, also die Sam Raimi-Filme und auch bei den neueren X-Man-Filmen war er mit dabei und hat für, ja, das, was man nicht vor Ort bauen, sondern nachträglich einfügen wollte, gesorgt. Und er gilt als Erfinder des sogenannten Dickstra Flex Kamerasystems, was eigentlich ein Kamerasystem aus verschiedenen Systemen ist, die es vorher schon gab. Aber er hat es mit einigen anderen Kollegen quasi zusammengesetzt im Rahmen der Dreharbeiten von Krieg der Sterne. Ja, das ist quasi ein, nur mal kurz zur Erläuterung, das ist ein bisschen weit, weit weg, weil ich bin kein Kameramensch, bin ich ganz ehrlich, aber ein paar Geeks unter euch kennen es bestimmt. Dickstra Flex, ich erkläre es wahrscheinlich auch 100% falsch, ich versuche es. Ein Schienensystem mit mehreren Ebenen, wo man, ich glaube, auf sieben verschiedenen Ebenen die Kamera fahren und bewegen lassen kann. Es ist viel automatisiert, also dass man da fast gar nichts mehr steuern muss, was Beleuchtung oder Belichtungszeiten oder sowas angeht. Und deswegen kann man sich wiederholende Aufnahmen in exakt demselben Winkel, in exakt derselben Geschwindigkeit, exakt derselben Route, Ausleuchtung etc. fahren, ohne jedes Mal alles wieder umzubauen und sich irgendwie zusammenzuräumen. Ja, wie sah das denn vorhin eigentlich aus? Und so ist ja auch zum Beispiel dieser markante Style, den die bei Krieg der Sterne eingesetzt haben, um ihre ganzen Modelle durch den, ja, imaginären Weltraum zu schieben und zu filmen. So ist es entstanden tatsächlich. Also, er sagt zwar, wie gesagt, selbst, dass er da jetzt eigentlich nur das zusammengebaut hat, was andere schon gemacht haben und dass es eigentlich ein Joke ist, weil er hat den Dickstra Flex gemacht. Und vorher war ein Kollege, der hieß Trumbull, dann war es der Trumbull-Flex. Ja, aber ich finde, er ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Und irgendeiner muss doch die Loreband kassieren, oder? Also einfach mal annehmen. So. Und dann sind wir auch schon bei der Besetzung, die halte ich jetzt ein bisschen kürzer, weil vorher war ich so so bla 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 bla. Ja, deswegen beginne ich mit Karen Black als kranke Schwester Linda Magnusson. Karen Black kennt ihr sehr wahrscheinlich aus vielen 80er-Jahre-Filmen. Dort hat sie zum Beispiel mitgespielt in Easy Rider. Five Easy Pieces. Der große Gatsby mit Robert Redford, für den sie auch einige Auszeichnungen erhalten hat. Piranhas 2 von Margarita. I love it, I love it. Die Wiege des Schreckens von Larry Cohen. Oder auch Haus der Tausendseichen von Rob Zombie. Dort hat sie die Mom Firefly gespielt. Als aufgebrachter Junge David Gardner, dem keiner glauben will, haben wir Hunter Carson, der übrigens der Sohn von Karen Black ist. Und ja, den ganzen Film über mit ihr rumhängt. Merkt man an einigen Stellen auch, dass das ein Mutter-Sohn-Gespann ist. Leider, oder was heißt leider? Er hat leider nie über die große Kinderkarriere rausgebracht und deswegen auch keine große Schauspielkarriere hingelegt. Der hat noch ein paar Filme gemacht, in kleineren Nebenrollen. Aber aus Hunter Carson ist kein großer Star geworden. Wie zum Beispiel seine Mutter Karen Black. Die ja doch einigermaßen bekannt wurde. Auch wenn sie inzwischen scheinbar keine Kohle mehr hat. Als Davids Vater, George Gardner, ist mir dabei Timothy Bottoms. Der auch sehr viele Filme gedreht hat. Auch Kinofilme und Videothekenfilme. Davon kannte ich jetzt allerdings keine. Aber dann bin ich über einen Posten gestolpert, wo ich gedacht habe, ha, das kennste. Und das lief nämlich mal, ich weiß gar nicht mehr, was auf Viva oder auf MTV. Da gab es mal, ja, die Alten unter euch erinnern sich, Anfang der 2000er eine wunderbare Satire-Sitcom namens Hier kommt Bush und dort hat er George W. Bush gespielt. Ich glaube in zwölf Folgen oder wie viele das waren. Ich habe das immer ganz gerne geguckt. Das fand ich sehr, sehr witzig und übertrieben. Ja, und Timothy Bottoms war der Präsident. Zumindest in der Serie. Als seine getreue Ehegattin, Ellen Gardner, haben wir Lorraine Newman. Die war eine der Mitbegründerinnen von Saturday Night Live 1975 und hat danach auch einige kleinere Filmrollen noch gehabt, wie zum Beispiel in die Coneheads, Familie Feuerstein, Fear and Loafing in Las Vegas. Macht aber seit den 2000ern überwiegend sehr viel Synchroarbeit in Zeichentrickserien, Animationsfilmen, Videospielen und, und, und. Und meistens in kleinen Nebenrollen, aber damit lässt sich auch Geld verdienen. Und zu guter Letzt eine Dame, die äußerst nervig ist in dem Film, richtig eine Pistenerge, Mrs. McCulch, die Lehrerin von David, die, Spoiler, sie ist ein Alien, sie wurde infiziert und gespielt von Louis Fletcher. Und ja, Louis Fletcher habe ich schon mal bei Grisly 2 in meiner Trash-Ära hier erwähnt. Die kennt ihr sehr wahrscheinlich als Nurse Ratched in Einer flog übers Kuckucksnest, wofür sie 1976 sogar einen Oscar gewann oder auch für Eiskalte Engel. Oder halt auch Grisly 2, habe ich auch eine Podcast-Folge dazu. Ihr merkt, die Selbstreferenzen droppen hier nur so rein, deswegen kommt jetzt mal was Neues, was Frisches. Genug der langen Vorworte. Jetzt erzähle ich euch endlich, was an Invasion vom Mars eigentlich ganz cool ist und was extremst verstörend ist, vor allem für die Männer unter euch. Mein Eindruck. Und ich mag erstmal die Grundstory, die sie hier aufgesponnen haben. Es ist im Prinzip dieselbe Geschichte wie im Original von 1953. Es gibt erstmal so dieses Vater-Sohn-Gespann, was am Anfang vorgestellt wird. Der Vater ist Wissenschaftler, beschäftigt sich halt mit allem Möglichen, auch mit den Sternen und der Sohn, David, ist da entsprechend von klein auf mit Teleskop und Sternenkarten ausgestattet worden und liegt dann mit dem Vater im Gras und studiert Sternenbilder. Fand ich ein ganz sympathisches Setting, erstmal zu sagen, hey, wir haben hier so diese kleinen Scherzereien zwischen den beiden. Die Mutter ist immer so, oh, ihr Bein, ihr liegt ja schon wieder hier draußen. Es ist schon nach zwölf, keine Ahnung. Oh, geht doch mal ins Bett. Und dann so, ah, okay, ja, ja, also schon mal erstmal ein ganz nettes Familiensetting, auch wenn nichts Besonderes, aber es war sehr sympathisch geschrieben, wie ich finde. In so einem typischen Vorstadthaus. Ich hatte irgendwie sehr starke Extra-Vibes, wo sie sagen, es war ja auch irgendwo so ein Haus mitten in der Einöde, wo es dann auf einmal blitzt und der Vater ist weg. Ja, und ähnlich geht es ja hier dann auch zu Gange, denn irgendwann nachts landet eben besagtes UFO und David sieht das, nimmt es wahr, schreckt dann auf und rennt zu seinen Eltern. Ah, Mami, Papi, da ist was gelandet hinter dem Hügel. Ja, und wie ist es ein gewissenhafter Vater, der ich nicht bin, weil ich keine Kinder habe, aber ich wäre wahrscheinlich genauso. Und ich habe gesagt, aha, Sohn, leg dich wieder schlafen. Ich überprüfe das. Ich als Vater. Und dann ging er halt im, ja, Bademantel hinter den Hügel und ward nicht mehr gesehen. Bis zum frühen Morgen zumindest. Denn dann sitzen Mutter und Sohn am Frühstückstisch und der Sohn will eigentlich zur Schule und der Vater wird vermisst und kommt dann mit, ja, sichtlich verdreckter Kleidung. Ein Hausschuh fehlt und sein Gesichtsausdruck ist definitiv ein Verstörter. Und ab da beginnt dann das große Rätselraten. Was ist passiert? Was ist da hinten gelandet? War es nur eine Einbildung? Oder hat David einfach mal wieder zu viel Chupa Chups inhaliert? Ich weiß es nicht. Aber was ich mich vor allem frage, David ist hier echt ein Vorzeigejunge. Alter, ist der brav. Der kommt morgens runter, es ist 8 Uhr. So im Prinzip, hast du ausgeschlafen? Ja, wie viel Uhr ist es denn jetzt? 8 Uhr. Ja, und hast du dein Bett schon gemacht? Na klar, antwortet der kleine Junge mit dem blonden Topfhaarschnitt. Da denke ich mir auch so, boah, Bett machen, das mache ich ja heute nicht. Ich bin fucking 32. Fick. Na gut. Andere Zeiten. Andere, ja, Erziehungsregeln. Von daher, ich war einfach ein böses Kind. Ich war ein faules Kind, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und ab da beginnt es dann eben auch, weil er eben so der aufrichtige Junge ist, dem normaler, was jeder alles glaubt, ist es eben umso weirder, dass er jetzt auf einmal durch die Stadt rennt und ab einem bestimmten Punkt dann nur noch davon faselt, dass sein Vater von Aliens ausgetauscht wurde und seine Mutter dann auch. Und er wird ja dann von seinen Eltern sogar gejagt. Also die verhalten sich dann halt auch absolut untypisch für, also ist klar, vorher sind sie noch die liebevollen, umsorgenden Eltern und später, ja, fragen sie ihn dann, ob er picknicken will und bringen erstmal so einen riesigen Teller verbrannten Bacon. Ey, so viel verbrannter Bacon, alter Verwalter. Und dann, ha, sollen wir Burger machen? Du liebst doch Burger. Und dann nimmt sich die Mutter einfach so einen rohen Klumpen Hackfleisch und macht irgendwie Mehl oder was drauf, ich weiß es nicht genau, und schiebt sich das zwischen die Kauleiste und denkst dir so, boah, Mami. Und dann guckt sie dabei noch so demonstrativ an und kaut so mit offenem Mund und denkst so, boah. Also Aliens, echt, also ein bisschen was abgucken, wie so ein Mensch tickt, könnt ihr euch vorher schon, bevor ihr die mit euren kleinen Mini-Injektionsnadeln übernehmt. Also, ja, aber es war definitiv skurril und verstörend und das soll es ja auch sein. Also wir bekommen hier so diesen typischen Menschenverhalten, sich auf einmal komisch und deswegen ist klar, dass es Aliens sind. Das geht jetzt nicht so subtil voran, wie jetzt zum Beispiel den Körperfresser-Film. Also jetzt zum Beispiel gerade den von Philip Kaufman mit Donald Sutherland, wo man erst gar nicht weiß, sind die Menschen jetzt wirklich anders oder ausgetauscht? Oder ist Donald Sutherland einfach nur paranoid? Also das macht Invasion von Mars hier wesentlich plakativer, halt im Stil eines, ja, wirklich klassischen Science-Fiction-Films aus den 50ern, wo er ja auch herkommt. Also seine Wurzeln scheinen immer durch, aber ich finde es charmant, weil ich mag diese alten Filme aus den 30er, 40er, 50er Jahren. Diesen alten Science-Fiction-Kram, auch zum Beispiel, was weiß ich, Metaluna 4 antwortet nicht von Jack Arnold und, und, und. Da gibt es so viele geile Sachen oder Rise of the Mole Man oder wie sie heißen mit irgendwelchen Maulwurfsmenschen, die unter der Erde leben und dann die Erde eigentlich überfallen wollen. Und, 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 und es ist so viel geiler Kram, der hier angespielt wird. Hier merkt man halt auch, dass Toby Hooper ja schon Fan ist von dem Original und auch entsprechend viel hat einfließen lassen. Deswegen ist es wirklich wie ein Remake daherkommt. Es sind ein paar Sachen angepasst worden. So ist zum Beispiel die Krankenschwester hier wesentlich markanter und wesentlich stärker in Szene gesetzt. In dem Original gab es noch einen Astrophysiker, glaube ich, der dann so einen ganzen, ja, ach, so funktioniert das. Ach, so sieht der Mars aus. Was, auf dem Mars wächst Gras? Ja, 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 mein Kind. Glaub mir das. Ich habe hier ein Bild hängen. So sieht das aus. Ja, so war das im Original. Also, das haben sie hier nicht. Also, sie haben hier diesen ganzen Science-Blabla weggelassen, dafür mehr aufs Atmosphärische gesetzt, mehr auf dieses Paranoide, auf diese Verfolgungsjagden. David läuft von A nach B nach C, hat dann irgendwann die Krankenschwester im Schlepptau. Ihr glaubt natürlich auch niemand. Und es ist aber jedem schon klar, die gesamte Stadt ist inzwischen schon umgedreht worden. Das geht so die erste Hälfte, da bekommt man relativ wenig Alien-Action zu sehen. Also, was heißt Alien-Action? Es ist eigentlich ein riesiger Sandkrater und da unten drunter sitzt ja erst das Raumschiff. Wir bekommen am Anfang mal so eine kleine, so einen kleinen Glimpse in das Innere, wo wir auch ein paar richtig geile Alien-Designs sind zu sehen, aber dann verschwindet das erstmal eine ganze Weile und wir verfolgen, wie gesagt, David, und Linda, wie sie durch die Stadt fezen und vor der Polizei fliehen und, und, und. Das ist dann teilweise, ja, muss man mögen. Also, es ist halt so ein klassisches, oh mein Gott, niemand glaubt uns, wir gehen jetzt zur NASA. Oh, die glauben uns auch nicht. Okay, wir gehen zum Militär. Und ja, dann tun sie sich zusammen und ja, die NASA macht NASA-Dinge und das Militär macht Militär-Dinge. Und dann macht's Krach-Bumpeng. Und ja, so bekämpfen wir dann die Aliens. Das ist ganz, 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 also wirklich ganz, ganz klassisch. Aber kommen wir nochmal auf die Aliens zu sprechen, weil die sind tatsächlich mein Highlight. Ich hab, ich mein, ihr habt wahrscheinlich das Cover von der DVD oder von dem Steelbook, die Steelbooks sind mega geil ausgesehen, sehr buntig, sehr viel Alien-Action, sehr viel Pew-Pew-Pew. So viel Pew-Pew-Pew gibt's im Film nicht, aber wenn's dann mal zur Sache geht, ist es echt geil. Und deswegen, ich hab am Anfang gesagt, ja, grad die Herren der Schöpfung werden hier ein bisschen aufstoßen, denn ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Bild dann wieder aus den Köpfen kriegt. Aber seid doch mal ehrlich, das, was da rumläuft in diesem unterirdischen Raumschiff, sind doch einfach riesige Mutanten-Klöten mit Zähnen, oder? Also, da haben sie wirklich ein komplettes Redesign vorgenommen. Im Original haben wir hier, ja, Menschen in grünen Anzügen mit Taucherbrille. Die dann durch die Gegend dronisieren und Menschen entführen und umdrehen und keine Ahnung was. Und hier sind es einfach riesige, vierbeinige Mutanten-Klöten mit so einem Pac-Man-Maul mit Zähnen. Alter, was ein geiles Zeichen. Und auf der Schulter noch so einen riesigen Blaster, den sie mit Kupfer füttern und dann Pew-Pew-Pew-Pew. Richtig geil durch die Gegend ballern. Alter, die fand ich richtig geil. Und wie die laufen. Das sieht so richtig ungelenk aus. Aber ich hab denen die Aliens abgekauft. Richtig cooles Design, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Und auch das Mastermind, also das Mars-Termind, ja, so könnte man es mal nennen. Was im Original eine, ja, das war eine Glaskugel mit einem Metallkopf drin. Und hier ist es diesmal, hat mich ein bisschen an die Ninja Turtles erinnert. So ein Gehirn mit Gesicht und Mund. Und das macht die gesagt. Also die kommunizieren auch nicht wirklich, also nur miteinander in so komischen Geräuschen. Und die Hintergrundmusik ist dann auch entsprechend. Also es ist alles sehr, sehr unheilvoll da unten drin. Aber ich mag dieses Alien-Design. Ich mag dieses Raumschiff-Design. Da merkt man halt, dass hier die Macher von Alien mit an Bord sind, buchstäblich. Weil alles ist hier sehr auf organisch getrimmt. Alles wirkt irgendwie so nach dem Prinzip, ja, das ist quasi ein gewachsenes Raumschiff mit entsprechend irgendwie gezüchteten Drohnen. Und dieses Master-Mind. Und im Gegensatz dazu, das Original, was halt wirklich auf diesem Klassischen alles ist metallisch und glatt poliert und alles in Roboter oder sowas. Ja, das fand ich hier schon geiler. Das ist schon haptischer. Ich mag solche geilen, mutierten Alien-Kreuch-Fleuch-Viecher. Und die gehen hier auch gut zur Sache. Es gibt leider nicht so viele zu sehen. Ja, das kann ich ja mal vorwecken. Es gab nämlich nur zwei Kostüme. Deswegen laufen da meistens auch nur zwei von diesen Drohnen drum. Und manchmal haben sie noch so eine halbe Drohne eingeblendet, damit es irgendwie so aussieht, als wären da mehrere. Das war ein bisschen schade, dass da so richtige Alien-Massen gefehlt haben. Also gerade wenn sie dann durchs Raumschiff fliehen, wirkt es doch teilweise sehr leer und verlassen. Und es sind halt immer dieselben zwei Drohnen, die die verfolgen. Aber finde ich gar nicht so schlimm. Dafür sehen die halt richtig geil aus. Ja, und es gibt auch ein paar schöne, eklige Sachen. Also zum Beispiel die Luz Fletcher. Die spielt ja hier die Piss-Nelton-Lehrerin, die schon am Anfang richtig nervig ist. Und dann David einfach nur richtig fertig macht. Und dann zur Krankenschwester schleift wieder willig. Und dann wird sie übernommen. Und dann ist sie noch fieser. Und verfolgt die dann die ganze Zeit auch. Und rennt hinterher. Und dann frisst sie zwischendrin mal einen Frosch. Das ist so ein Klassiker. Ja klar, was haben die US-Kinder, was lernen sie in der Grundschule? Richtig, wie man Frösche zitiert und sich gegenseitig ins Gesicht klatscht. Ja, und die Lehrerin hat sich halt mal einen in die Kieme geschoben. So als kleines Snackety-Snack. War auch ganz lecker, so es aussah. Ja. Und ja, auf jeden Fall, sie ist also die Botschafterin des Masterminds. Und watschelt halt durch die Gegend und koordiniert die Sache so ein bisschen. Und die Sache, die sie koordiniert, ist ja, dass Menschen hier entsprechend umgewandelt werden. Und wie das passiert, ist auch richtig cool. Weil wir haben ja einfach so einen fucking Riesenbohrer. So einen Riesenhirnbohrer. Ich muss so ein bisschen an Master-Tags denken. Wahrscheinlich ist es da auch aufgegriffen worden. Weil wir haben ja im Original einen verhältnismäßig kleinen, fragilen, dünnen Bohrer. Der in den Hinterkopf einen langen, also so wie so eine Kugelschreibermine, so einen Stick einschiebt quasi. Und dann sind die, püpp, die Menschen auf einmal übernommen. So. Ja, und Tobi Huppert hat sich gedacht, nein, wir machen das auch. Aber größer. Und deswegen ist es ein Riesen-Ochi von Bohrer, der sich aber unverhältnismäßig langsam bewegt und richtig viel Zeit lässt. Damit auch, ja, in der Zwischenzeit David und Linda irgendwas machen können, um den Bohrer aufzuhalten. Aber wenn er sich da reinbohrt und dann sein Chip da in die Gehirnfontanelle dreht, das sieht schon geil eklig aus. Also so ein paar kleine Ekelmomente gibt es da auch. Also nicht viele, aber ein paar. Da war ich sehr happy drüber. Ja, und wo ich auch sehr, sehr happy drüber war, war tatsächlich die Blu-ray-Fassung oder die Fassung, die jetzt bei Kochfilms erscheint, ist die vollständige Fassung. Denn die deutsche Fassung war bis zum jetzigen Zeitpunkt immer unvollständig. Und das geht vor allem um das Ende. Denn, das kann ich auch ein bisschen spoilern, am Ende wird natürlich das Raumschiff beschossen vom Militär. Pew, pew, pow, pow, pum. Und alles explodiert. Und dann schauen David und Linda in den Himmel und pow und Ende. Also so die deutsche Fassung. Und in der amerikanischen Original-Fassung geht es noch ein bisschen weiter. Hat jetzt nicht den größten Pay-Off, würde ich sagen, oder den größten Twist. Ist aber, ich finde es ein cooleres Ende als die deutsche Fassung, muss ich sagen. Von daher schaut euch auf jeden Fall die Langfassung an. Also die ist auch als Standardfassung hier drauf. Man kann sich das deutsche Ende als extra angucken, aber es ist wirklich nur, boom, Ende. Und denkst dir so, was? Echt jetzt? Ja, gut, 1986. Ich weiß auch nicht, warum sie das damals rausgenommen haben. Ob das denen dann zu brutal oder was war, weißt du, 86? Ich weiß ja nicht. Also war ich sehr irritiert, warum das nicht damals mitverarbeitet wurde. Aber egal, jetzt haben wir es ja Kredenz bekommen. An der Stelle danke an Kochfilms, dass sie mir das Ding bereitbestellt haben. Und ich möchte euch in Version von Mars definitiv empfehlen. Ein wirklich spaßiges Remake mit einem sehr, sehr geilen Redesign. Also dieses Organische ist so geil. Also ich liebe es. Wenn ihr auf so Sachen auch steht und gerade Alien oder was auch immer liebt, dann kommt ihr auf eure Kosten. Weil ihr habt ja die Creme de la Creme der Creator und Artists und so mit an Bord. Das ist richtig geil. Also mir gefällt es richtig gut. Und der Originalstoff, finde ich, wurde auch zeitgemäß angepasst. Man merkt halt immer noch sehr stark so diese 50er-Jahre-Twists, die so eingebaut wurden oder so diese typische Stationen laufen. Und ich mag aber, wie die Charaktere geschrieben sind und dass er dadurch auch wesentlich dynamischer wirkt und nicht zwischendurch, hey, wir machen jetzt 20 Minuten, ich erkläre euch den Weltraum extra. Nee, 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 kriegen wir hier nicht. Also echt knackige 90 Minuten Sci-Fi-Alien-Action mit riesen Bohrer, Mutanten-Klöten und haste nicht gesehen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, guckt mal bei Kochfilms. Ich verlinke euch das mal unten in den Shownotes. Da könnt ihr euch den Film nämlich ordern auf DVD, Blu-Ray, eben geilen Steelbook oder was auch immer und euch selbst davon überzeugen. Und wenn ihr da drüber geht, tut ihr mir natürlich auch noch was Gutes. Win-Win für alle, würde ich sagen. So, noch schnell drei skurrile Trash-Facts oder Fun-Facts nachgeschoben. So ist nämlich Jimmy Hunt, der spielt hier in Toby Hoopers Version den Polizeichef, ordentlich mit Schnorris und wie es dazugehört. Ja, und Jimmy Hunt hat schon mal Kontakt mit den Marsianern gehabt. Und zwar 1953 im Original hat er die Rolle des David gespielt. Also des Jungen, dem keiner glauben will, dass die Aliens gelandet sind. Und es gibt auch sehr viele Anspielungen drauf mit Sprüchen und Verweisen. Das ist schon sehr, sehr witzig, dass er hier dann als Polizeichef quasi zurückkehrt. Vorhin habe ich ja schon angerissen, Hunter Carson spielt keine wirklich große Rolle in seiner weiteren Karriere, zumindest was Filme angeht. Er sollte aber fast bei einer Kult-Serie mitspielen. Und zwar spielt er in der Pilotfolge von Eine schrecklich nette Familie. Die Rolle von Bud Bundy wurde dann aber letztlich von den Produzenten doch durch David Faustino ersetzt. Und nochmal kurz was zu den riesen Mutanten-Klöten-Drohnen. Ich habe ja vorhin schon angerissen, dass es nur zwei Drohnen-Kostüme gab. Und ich will euch nicht vorenthalten, wie waren denn diese Kostüme eigentlich aufgebaut. Und das ist schon sehr, sehr skurril, weil in jedem Kostüm haben immer drei Personen gesteckt. Zwei Stück, ich sage mal in Normalgröße, die standen Rücken an Rücken mit Skistöcken, die in den langen Beinen stecken, um sich durch die Gegend zu eiern, wie so Riesenspinnen. Und in der Mitte hatte immer einer von den beiden einen Rucksack oder eine Tasche auf dem Rücken. Und da steckte ein kleinwüchsiger Schauspieler drin, der das Maul und die kleinen Arme von den Drohnen bewegte. Und da war zum Beispiel Tony Cox mit involviert. Den kennt ihr zum Beispiel aus fiesen kleinen Elfen aus Bad Santa. So, ich hoffe, dieser Abschluss des Alien-Aprils hat euch gefallen. Wie fandet ihr die Folge? Gebt mir gerne mal auf irgendwelchen Kanälen Feedback. Ansonsten geht es im Mai weiter mit dem nächsten Motto-Monat. Ich habe nämlich richtig Bock gerade auf Motto-Monate, ich weiß ja nicht. Ich habe auch schon für die nächsten Monate schon einiges im Petto. Und jetzt im Mai erwarten euch einige Classic-Monsters, aber nicht die klassisch-Klassiken, die erkennt, sondern gewagte, trashige Neuinterpretationen, könnte man es nennen. Also freut euch da drauf und freut euch auch auf den 1. Mai. Ich meine, scheiße ist es ein Sonntag, da habt ihr nicht viel von. Aber das will ich euch trotzdem schmackhaft machen, denn der gute Tom von Bullet & Fist und Jano von den Simpelaffen haben mit mir ein zweieinhalbstündiges, 2,5-Ausrufungszeichen, Hulk-Hogan-Special aufgenommen. Rund um die Filme, die er gemacht hat und natürlich im Kern die Crème de la Crème, sein Magnum Opus Thunder in Paradise. All das und viel mehr im Hulk-Hogan-Special. Das kommt am 1. Mai auf eure Ohren und wird euch hoffentlich den entfallenden Feiertag ein bisschen schmackhafter machen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit an der Stelle. Schmeißt ordentlich den Grill an, schmeißt euch ein paar geile, vegane Tofu-Wiener oder was auch immer drauf oder eine Schweinshaxe oder grillt euren Salat. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich grill auf jeden Fall gerne. Ich gönne mir jetzt demnächst auch mal wieder einen geilen Fisch. Oh, wir haben hier so einen geilen Fischteich um die Ecke. Holt euch was Gutes, holt euch was Schönes mit guten, netten Menschen um euch rum. Passt auf euch auf. Bis im Mai. Adios und hasta luego, compañeros. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018